Jo Freunde, willkommen zu einem kurzen neuen Video und zwar gab es ja heute ein neues Update in Fortnite und ja, ich gehe mal kurz alles durch, was wir da bekommen haben. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wenn es euch gefällt, gerne Like da lassen, gerne abonnieren und wir starten direkt rein. Und zwar gehen wir einmal kurz rüber auf Twitter bzw. X. Wir haben neue Sachen im Spiel, neue Waffen und so weiter. Chains of Hades, also die Hades-Ketten hier, könnt ihr finden ab sofort im Spiel verfügbar. Könnt ihr dann nutzen ebenfalls. Duam Gun ist wieder im Spiel, passend zu Midas, der auch noch reinkommt, aber dazu gleich mehr. In drei verschiedenen Sorten hier, wie sagt man? Häufigkeitsgraden, genau. Blau, Lila, Gold und natürlich dann noch Midas Duam Gun, die ihr dann bekommen könnt von Midas selber bzw. von dem Verkaufsautomat. Die könnt ihr nämlich auch auf der Map finden. Dann Shield Bubble Junior. Kleine Shield Bubble ist wieder da, ist vielleicht nicht so schlecht, wenn man gegen Zeus Blitz kämpft, probiert es auf jeden Fall mal aus, die Sachen dann im Spiel gerade schon direkt verfügbar. Also wenn ihr jetzt reingeht, seht ihr das Ganze schon. So, kommen wir zur nächsten Sache und zwar Midas Presents Floor is Lava. Der Boden ist Lava, kommt wieder jetzt ins Spiel rein. Das Ganze soll um 14 Uhr reinkommen. Testet das Ganze mal. Falls es nicht um 14 Uhr drin sein sollte, dann ist es um 15 Uhr auf jeden Fall drin. Ist ein neuer Spielmodus. Boden ist Lava. Ich denke mal, ihr kennt es. Früher gab es das Ganze schon mal. Und dann könnt ihr das Ganze hier auch zocken. Kommen wir auch hier zu Midas nochmal eben. Der sollte oder man hat gehofft, dass der auch reinkommt als Skin jetzt. Das ist leider nicht der Fall. Den gibt es nicht gerade als Skin bzw. der kommt jetzt gerade auch nicht rein. Ist dann wahrscheinlich erst nächste Woche. War nicht in den Files drin, deswegen kann man hierzu aktuell nichts sagen. Was ihr aber bekommen könnt, ist mit diesem Event Floor is Lava verschiedene Gratis-Items. Einmal hier die Spitzhacke, den Hai. Dann das hier ist ein Gleiter. So ein Gemälde hier. Das ist ein Rucksack. Und hier habt ihr nochmal drei Sprays dazu. Macht da einfach mit. Da müsst ihr Aufgaben machen für diesen Spielmodus. Floor is Lava hier einfach. Und ja, dann bekommt ihr diese Sachen. Das ist auch eigentlich groß dazu. Wie gesagt, also Skins und so weiter oder irgendwas Neues war nicht in den Files drin. Deswegen kann ich das hier nicht groß sagen. Gerade auch nichts Neues hier drin. Ja, wahrscheinlich erst nächste Woche Dienstag dann mit einem neuen Update oder Mittwoch. Aktuell war nichts drin in den Files. Deswegen war das alles an Infos, was drin ist. Ein paar Sachen für UEFN noch. Dass man zum Beispiel Lego-Sachen jetzt wohl bauen kann im UEFN-Modus. Dann für Kreativ-Modus-Maps. Und ebenfalls hier von Rocket Racing. Das gucke ich mir nochmal an, wie das so alles aufgebaut ist. Aber das interessiert die meisten von euch ja nicht. Und ja, das kurz dazu. Wisst ihr Bescheid. Gerne CC, iPlayTubi eintragen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, geliked da lassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Gleich kommt wahrscheinlich nochmal ein XP-Video. Gerne reinschalten. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao.